Corona-Panik inszeniert? Michael Kent ist ein deutscher Aufklärer und seit 20 Jahren Herausgeber der Kent-Depesche. Er schreibt bezüglich der Corona-Politik in seiner Ausgabe, dass der erste Grundsatz bei jeder Gefährdungssituation laute, Panik zu vermeiden. Jeder Pfleger, Notarztwagenfahrer, Epidemiologe lerne das in der Grundausbildung. Die erste Durchsage an die Bevölkerung sei doch, Ruhe zu bewahren. Die deutsche Regierung, ebenso wie weltweit alle Regierungen, die einschränkende Massnahmen ergriffen haben, hätte jedoch mit tatkräftiger Unterstützung der Massenmedien genau das Gegenteil praktiziert. Vom ersten Tag an habe sie Panik erzeugt, sprach von immens hohem Ansteckungspotenzial, von Sterberaten im zweistelligen Bereich, von exponentieller Ausbreitung von Killerviren usw. Da stellt sich doch die Frage, weshalb das Gegenteil dessen getan worden ist, was jeder Ratgeber zum Krisenmanagement empfiehlt, was jeder Auszubildende für den Notfall als wichtigste Regel lernt. Kenntwörtlich wird die grundlegende, allgemeingültige Leitlinie nicht nur verletzt, sondern in ihr Gegenteil verkehrt, reichen Fehler, Dummheit, Überraschung, Kurzschlusshandlungen usw. als Erklärung dafür nicht mehr aus. Auch Ärzte kritisieren die Panikmache aufgrund des Coronavirus. Am 7. Mai 2020 hielt die Vereinigung Ärzte für Aufklärung ihre Pressekonferenz ab. Zu Beginn sagte der Arzt Heiko Schöning aus Hamburg, Wir Ärzte für Aufklärung kritisieren die Massnahmen im Zuge von Covid-19 als überzogen. Sie haben nichts mit einer angemessenen Unterdrückung eines Virus zu tun. Also, wer wird hier eigentlich unterdrückt? Wir haben nicht die Best und das diesjährige Coronavirus, SARS-CoV-2, verhält sich im gleichen Rahmen wie saisonale Grippeviren, die wir eigentlich jedes Jahr haben. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle eine Panik erleben. Die Corona-Panik ist eine Inszenierung. Sie ist ein Betrüger-Trick. Es ist höchste Zeit, zu verstehen, dass wir inmitten eines weltweiten und mafiösen Verbrechens sind. Zur Beweisführung gibt es ausführliche Zeugen-Interviews, z.B. von Prof. Bagti oder von Dr. Wodarg. Ich kann Sie nur alle einladen, sich diese Zeugen-Videos herunterzuladen, bevor das Internet jetzt auch noch eine Corona-Ausgangssperre bekommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017